Schaut man in die Gesichter der Menschen, weiß man, Deutschland spielt gerade. Die Offensive bleibt ausbaufähig. Wo ist der Schwachpunkt? Nils der Fisch, Jochen Gustl und DJ Jolly freuen sich über die Verstärkung. Wo bleibt die echte Neuen? Fragt sich Mo. Heute bei der Fußball-EM schreit Rebekah. Ja, voll nice, Alter, Junge, Oberbiber und Co. Ja, die Namen sind unlässerlich. Ich schwöre, Alente, du prall. Die Zuschauer haben die beste Fase verpasst. Rebekah ruft, Deutschland macht die Reime eng. Haha, too nice, Dika. Too nice.